Seid mal gegrüßt, meine lieben Freunde. Heute mal wieder ein paar Wörter von mir. Ihr seht, ich bin in der freien Natur. Die Sonne scheint wie verrückt. Wir haben kurz vor Ostern und ich habe vier Stunden Fahrzeit rum, muss jetzt mal eine Pause machen. Und da stehe ich hier, Iwerbebiet Lema, wenn das einer kennt. Das ist bei Meuselwitz, also Altenbräuer Ecke. Ich war heute schon unterwegs, Altenbräuer Land, so schön bis Chemnitz war. War eine wunderschöne Tour und habe alle Kunden abgefrühstückt und fahre jetzt noch nach der Pause, nach Zeit, so ich noch einen Anhänger und dann zurück nach Landsberg, nach Feierabend. Ach so, ja, ich darf ja nicht mehr filmen während der Arbeitszeit. Ha, ich habe Pause. Pause ist keine Arbeitszeit. Ganz schlau, schlau, schlau. Ihr habt ja schon mal gemerkt, dass ich hier ein bisschen schmaler geworden bin, ja, im Gesicht. Und meine Tochter, die macht immer ein bisschen Stress, dass ich zu wenig esse. Aber ich ziehe mir jeden Tag hier noch ein. Heute früh habe ich schon nie essen. Das habe ich nie essen. Ach, zwei Thunfischbücher, habe ich gemacht, ja. Rezept habe ich irgendwie, wenn ihr wollt mal, schicken wir. Ganz lecker Thunfisch und Eier und Haferpflöcken. Und was kommt noch rein? Pfeffersalz, bisschen Tomatenmark, also nach Geschmack, ja. Und das ziehe ich mir. Und jetzt habe ich hier das nächste, ja. Das nächste, was darf ich? Ich mache mal meine Dose auf. Also das ist allerhand, ja. Ihr so. Es ist, was es gibt, ja. Harzer Käse. Viel Eiweiß, wenig Fett. Was haben wir noch? Ha, geil geil. Passend zu Ostern, wa? Natürlich gekocht, ja klar. So mittel, wa? Und, was ist denn sonst? Das habe ich auch noch. Gurke. Gurke. Ja, das werde ich mal gleich reinpfeifen, wa? Weil ich habe schon ein bisschen Hunger. Die letzte Mahlzeit ist schon ein paar Tage her, äh, paar Stunden. Sorry, ein paar Stunden. So, das soll zum Frühstück gewesen sein. Ja. Was erwartet uns weiter? Keine Ahnung. Ihr habt ja vielleicht gesehen, dass ich mir so ein Fitnessding da gekauft habe, wa? Und da werde ich ein bisschen trainieren. Könnt ihr mit zugucken, ja. Wenn ihr wollt, mache ich euch da so ein paar Videos. Einzel Übungen, was man das Ding nehmen kann. Ohne Werbung natürlich für das Zeug da, ne? Und, ja. Nächste Woche oder übernächste Woche? Da kommt die nächste Woche auch schon. Da habe ich es nämlich so ein olles Modell, was ich da bitte offenwillen muss, wa? Damit ich mich noch mehr bewegen muss. Ja. Und, äh, abnehmen müsst ihr nicht nur durch Sport. Ne, Ernährung ist wichtig. Ernährung, ja. Und Sport. Also, ich würde sagen, erst einmal nur Ernährung, ja. Also, ich esse zur Zeit wenig Kohlenhydrate, viel Eiweiß, wenig Fett, auch Bierchen trinke ich trotzdem ab und zu, ja? Und was musst du ja mal zum Sündchen haben. Ja, muss standhaft sein. Einfach standhaft. Und dann wird es auch mit eurer Sommerfigur. Ja, jetzt ist eben die beste Jahreszeit, ne? Also, wir hatten ja ein schlechtes Wochenende, wettertechnisch. Und jetzt sind wir hier drei, vier, ach, wäre ja beim Dienstag vor Ostern. Ja, und das Wetter soll ja so richtig geil werden. Ist ja heute schon Hammer, ja. Die Vögel zwitschern. Da hinten, da brummt ja die Ladestation. Ja, weil im Meerwebiet, da haben sie ja ja lauter Solarfelder hingebaut, weil sie sich gerne ansiedeln will. Und das quiekt da hinten wie verrückt. Ja, die Bäume, die grünen hier schon und die blühen. Und da hat man einfach eine gute Laune, wa? Gut. Ich mache jetzt Futter, Futter, Futter. Und ich freue mich, dass ihr wieder reinschaut und reingeschaut habt, ja? Und nicht hier abgehauen seid, so woanders hin. Also, ich kann euch keine Wies mal Zeichen vom Fahren, ja? Das ist definitiv nicht mehr möglich. Wir fahren dann halt mit anderen Geräten, ja? Und ich genieße erst mal das Wetter, weil es wird ja jetzt Sommer bald. Und da kommen ja draußen viele Unternehmen. Und da können wir ja mal ein bisschen was machen zusammen. Ja, müsst ihr mal Bescheid sagen, was ihr machen wollt, was ihr sehen wollt. Und ich streng mich dann auch ein bisschen an. Jo, das soll's gewesen sein. Wie gesagt, Pause machen. Dann zurück nach Zeit, zum Anhänger, nach Landsberg. Feierabend. Haben wir Dienstag geschafft. Noch zwei Tage arbeiten. Dann kommt langes Wochenende. Und ich muss erst Montagnachmittag wieder auf Arbeit. Das ist echt super, wa? Und die haben so ein schönes Wetter angesagt. Unvorstellbar. Gut, meine Freunde. Macht's gut. Wir sehen uns im nächsten Video. Bye, bye. Euer Micha. zurück.